Ortlieb rettet die Ehre der Männer. Donau 3 FM. Mann oder Mämme? Ein, na zwar etwas regnerischer Tag in Ulm und Umgebung, aber hey, Leute, Sie können sich nicht vorstellen, was hier links vor mir steht, ja? Jürgen Ortlieb mit einer besonderen Aufgabe bei Mann oder Mämme. Er muss heute seine Männlichkeit unter Beweis stellen, indem er zeigt, dass er Mut hat. Mut im Sinne von dem, dass er sich heute als Baby verkleidet hat, in einem Kinderwagen sitzt und ich darf ihn jetzt über den Ulmer Münsterplatz schieben. Heute ist Wochenmarkt. Leute, ich sage euch, der sieht aus, der sieht aus. Moment. Der Feine, der hockt. Jürgen Ortlieb wie folgt, also Käppchen auf, Hand gestrickt, Schnulli im Mund, was ich nicht mehr raus. NAAAHHH! Oh, Gottes Willen, natürlich Handpuppe in der Hand, Windrad, Rassel, mach mal Rassel! Mach mal ein Mann in Ruhe. So was aufzunehmen. Das ist eine Unverschämtheit von euch. Da hörst du es. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich.